Servus! Was geht ab? Schau dir dieses Video nur an, wenn du erwachsen bist, so ist es. Du hast richtig gelesen, nur Erwachsene. Aber wieso? Naja, weil dieses Video ein Augentest für Erwachsene ist. Ja genau, allerdings können wenige Kids diesen Test bestehen. Ich küsse deine Augäpfel, Bruder! Also, bist du bereit? Okay, let's go! Level 1 Finde die Farbe, die anders ist, als die anderen Farben, in 5 Sekunden. Like dieses Video, wenn du es geschafft hast. Und jetzt, Level 2 Abonniere den Kanal und drück auf die Glocke, wenn du auch dieses Level geschafft hast. Und jetzt, das harteste Level. Level 3 So Leute, wer konnte alle drei Tests bestehen? Schreibt es mir in den Kommentaren. Gut! Bis dann, Jan!